Du hast bestimmt wieder gehört, was ich belauert hab. Ja. Sommersack. Fleisch hat so nen richtigen Scharen, Leute. Mhm. Nomnom. Nomnom? Ja. Wie viel Folgen hast du jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Kann ich jetzt nicht sagen. Das ist meine siebte. Siebte? Warum? Warum das denn? Wieso, warum das denn? Oh. Top. Kann doch irgendwie nicht passen oder doch? Nein. Passt doch gar nicht. Kann grad sagen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Sechste ist das jetzt. Oh ja. Jetzt passt was. Sechste. Ja. Ja. Ach, schau. Ne, ne. Und das ist deine sechs jetzt auch, oder was? Mhm. Okay. Ja, die erste halbe Stunde, die wir sowieso als Anfang machen. Und jetzt ist der Rest die zehn Minuten. Naja, passt doch. Ich würde grad sagen, einen Unterschied hätten wir nicht haben können. Ne. Nein. Oder nicht den meisten. Oder nicht den meisten. Oder nicht den meisten. Da steht, da du ja, glaub ich, 15 Minuten gemacht hast. 15 Minuten oder so. Ja. 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 Deswegen. Deswegen mach ich nur noch zehn Minuten, Patz. Ja. 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 Ja, und Teckel. Ja, meistens haben die Viecher aber in den Freien Wippern nur, nur Härtner. Und das ist heftig. Heftig nervig. Ja. Kannst du nichts mitmachen. Nein, nein. Ich bin froh, dass ich Teckel habe. Ja ja klar. Aber ich habe auch guten Vorteil, dass ich als erstes auch Wasser habe. Das heißt, ich kann Schicki hoch trainieren. Ja. Ja. Hast du Wasser als erstes? Mhm Vielleicht gegen Rocco, okay Käfer und Wasser Ja Ja Wie gesagt, Elektro und Käfer hab ich Ja Ja gut, Elektro Das hätte sich irgendwie Das effizient zu Servern Das geht noch Ja, ist egal Besonders dann, wenn das auf normaler Tucknetter-Selektro-Pokémon Ja Sind ja nicht die stärksten, aber funktionieren auch Ja Ja, ich muss jetzt gucken, dass ich bei Shigi auf jeden Fall entwickelt bekomme Aber du weißt ja noch, wie das war, ne Wenn Arena-Leiter davor erstmal alle anderen Pokémon ablegen, ne Ja, alle, die nicht benutztbar sind dafür Ja Das weiß ich Ja genau, so ist die Regel, Leute Damit man nicht Schaumain kann Nur die, nur die Typen Pokémon dabei haben Genau Wie man auch dafür haben darf Haben darf und haben muss Zwei Stunden trainieren, ne Eine Stunde? Nein, zwei Wieso zwei? Zwei Eine Stunde haben wir gesagt Nein, bei Hauke zwei Habt ihr gestern noch Nein, wir haben gesagt gestern eine Stunde Nein, zwei, vier, sechs, acht, 16 Und 24 ist das maximalste Boah, zumindest ist das eh nur eine halbe Stunde Training Nö, guck mal, ich hab jetzt schon Allein schon drei Folgen Wo ich nur trainieren bin Ja, ich meine Ist ein Speedaufbau Speed dran Ja, schon Aber ich will ja Wenn schon richtig trainiert haben Hier Ja Klar, ich will ja schon Chillock haben Geht Alle Level 11 Ich geh da sowieso nur Schicki durch Wo ich gewonnen hab Hast du ein Pokémon verbraucht Oder hast du schon mehrere verbraucht? Eins ist gestorben Okay Ja, werde ich Deswegen sage ich Hattest trainieren Werde ich schon Ich hatte ja schon Smetbo Mit Smetbo habe ich ganz Zeit Fadenschutz Ne, mit Taubsee hatte ich Habe ich Gegen Kleinstein an Dauer Und Sunwebbel eingesetzt Ja, aber du bist da vorher rausgegangen Oder nicht? Weil da sind ja auch diese Anderen Trainer noch zwischendurch Oder nicht? Ja, den habe ich vorher gemacht Und dann war ja Um zu trainieren mit Ja, guck Das ist zum Beispiel nicht Was wir machen Wir müssen direkt durch Oder gar nicht Ja Aber bei Rocco wird dann erst Screen gewechselt Das ist richtig Cut und dann Screen Das heißt man müsste eigentlich die Folge Wenn man sagt Komm ich geh jetzt nach Rocco Man hat noch drei Minuten Zeit Muss man halt eben noch drei Minuten trainieren gehen Ja Darf dann vorher noch seine Pokémon heilen Und dann darf man reingehen Ja Oder man heilt und speichert dann da Ist dann elf oder zwölf Wollte man kann ja vor der Arena Wenn man Genetik gekämpft hat Weil du musstet direkt in der Arena schon Die Pokémon haben Ja genau Und dann brauchen wir ja nur eigentlich Und drücken und dann wechselt sich das Screen ja auch Naja wenn ich da vorstand habe ich schon den Screen gewechselt Deswegen Oder so Das sehe ich halt eine neue Aufnahme direkt am Leiterstarter Auch man Warum kackt der denn ab und zu Das ist voll komisch Was kackt das? Das Radio Deine Ahnung Vielleicht Und gerade ein bisschen Professionell Ne Das liegt nicht an Winneb oder so Das liegt bei denen Das ist voll traurig Und dann mache ich jemanden Nein Idiot Idiot Was denn? Oh Gott sei Dank Ich habe Mein Safcon mit zwei Lebenspunkten In Kampfgeschick Tackle gemacht Und ich dachte Ratzfratz Macht jetzt Tackle Dann ist mein Nämlich mein Safcon Down gewesen So Naja Hat es nur überlebt So Einmal War das jetzt deine letzte oder deine vorletzte? Ne meine letzte Ich gehe jetzt einmal Na Einen Kampf mache ich noch Und Na wohl Warte mal Ich muss halb Ja Eine kann ich noch machen Eins Zwei Drei Vier Mal Eins Zwei Drei Vier Fünf Habe ich Eine mache ich noch Dann hast du auch sechs Nein Nein Habe ich sieben Das ist jetzt meine sechste Wenn ich danach eine mache Habe ich die siebte Komm schon Eine Zwei Drei Vier Fünf Habe ich nur Ich habe jetzt gerne meine sechste Ja Weil du schneller voran schon warst Deswegen Einerseits das Und da ich auch nur zehn Minuten gemacht habe Schon am Anfang an So zehn, elf Minuten Ja Die mal ganz okay sind Naja Wenn du dann aufhörst Dann mache ich trotzdem nochmal Die siebte Das wir dementsprechend noch gleich haben Ja Einen mache ich jetzt gleich auch noch Und dann hau ich ab Ja Jetzt kommt ja meine sechste